Und hier sind sie, die Bayernmädels! Mädels aus dem Bayerwald, sagen die Leute, die macht man halt. Hast du unterstrampten sehen, ist das schnell um dich geschehen. Cowbels aus Amerika, binden uns ganz wunderbar. Fische von der Wartekant, halten uns für inpezant. Bayernmädels, nie sind so lustiger als anderswo. Bayernmädels sind gut drauf, schlanzvoll mit den Füßen auf. Bayernmädels sind der Name. Wir sind hier in dem Museum des Bayerwalds, hier in unserer Pfalda. Der Jahr 1932, der wir uns sehr recordat, von dem Team von den Hunches. Wir gehen uns zum Bayer, der Tour in Bayer. Die Oquette, Elissima, schwärmt man in Italien. In Paris und in Brüssel, die man bald schmerzt Marcel. Man weiß auch in Tokio, Bayern-Mädel sind doch hoch. Man weiß auch in Tokio, Bayern-Mädels, die sind so lustiger als anderswo. Bayern-Mädels sind drauf, schrauben mit den Füßen auf. Bayern-Mädels sind ein Hit, klatschen, tanzen, singen mit. Bayern-Mädels sind bekannt, finden in jedem Land. Bayern-Mädels sind die 4 Copen continentale. Wir haben uns die erste, die wir gewonnen haben. Oder die letzte, die wir gewonnen haben. Ein hugo aus der Distanz. Wir sind hier in der Stadt der München, Deutschland. Wir haben eine fantastische Erfahrung. Wie immer, als wir hier im Landen, das ist jetzt nicht so gut. In der Stadt der Welt ist daspieler Strom, und die Fähne sind immer gut. Wir vergessen uns darauf, die Stimme von Öffentlichkeit und die Räume ist. Und wird natürlich auf den Werten und den Werten дом. Und die Generation, die wir grüßen, geht um in die Renault Union, fast schon zu diesem Land zu machen. Wir sind in der Bühne Union. Und hier ist unser Zuid. Schaut mal mit den Füßen auf, Bayern-Mädels sind ein Witz, klatschen und singen mit. Bayern-Mädels sind bekannt in einem Gegenland. Bayern-Mädels, die sind so lustiger als anderswo. Bayern-Mädels sind gut drauf, schaut mal mit den Füßen auf. Bayern-Mädels sind ein Witz, klatschen und singen mit. Bayern-Mädels sind bekannt in einem Gegenland. Bayern-Mädels sind bekannt in einem Gegenstand. Bayern-Mädels sind nicht bekannt in einem Gegenstand. dort gehen. Vielen Dank.